Mein Name ist Thomas Muhr, Messe Bozen. Wir sind sehr stolz darauf, dass wir Partner dieser wichtigen Veranstaltung sind. Ich glaube, wir versuchen insgesamt alle Themen der Nachhaltigkeit nach vorne zu bringen. Das ist für uns als Messe ein großes Ziel und dabei spielt natürlich auch die elektrische Mobilität eine große und bestimmende Rolle neben dem öffentlichen Nahverkehr, neben vielen anderen Themen. Aber auch den Individualverkehr, den müssen wir elektrifizieren, das ist ganz klar. Und wenn wir eine Initiative unterstützen können, die auch auf das Wert legt, dann machen wir das sehr gerne. Deswegen wünschen wir der Initiative weiterhin viel Erfolg. Wir als Messe sind sicher mit dabei.